Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Uwe Wetzig ist bei mir, war schon mal bei mir auch mit Volker Köhne und du bist Unternehmensberater oder du hast gesagt? Ja, Unternehmen, Mehrberater. Einfach deswegen, weil ich, ich sage das ja schon mal, möchte, dass nicht nur ich, sondern mehr und mehr Menschen ins Handeln kommen, das heißt etwas unternehmen. Ich bringe mal ein ganz einfaches Beispiel. Für mich ist jeder ein Unternehmer, der einfach seine Geschicke selbst in die Hand nimmt. Und da bin ich jetzt mehr und mehr gefragt worden. Das war auch der Punkt, warum ich dann auch zu diesem Thema Handelsrecht dort intensiver eingestiegen bin. Ich sagte dir ja vor einem Jahr, dass ich das nicht schulen möchte und werde. Dann haben mich sehr viele dazu bedrängt, die eben etwas unternehmen wollten, das dann im größeren Maßstab dann in die Welt zu bringen. Und dann gibt es mehr und mehr Menschen, die sagen, was soll ich denn tun? Soll ich jetzt zum Beispiel meinen Personalausweis abgeben oder nicht? Ja, für mich ist einfach derjenige, der dann eine bewusste, aktive Handlung unternimmt. Welche auch immer. Und auch die Konsequenzen betrachtet. Das ist für mich ein Unternehmer und die möchte ich auf allen Ebenen stärken. Du hast eben das Handelsrecht schon angesprochen und wir haben es schon in ein paar Sendungen auch dargestellt, dass wir in der BRD und eigentlich auch die meisten anderen Staaten eine andere Rechtslage haben, als die meisten Menschen denken. Wir denken, wir haben eben Gesetze und Richter und so weiter. Darüber ist aber als nächsthöhere Ebene das Handels- oder Vertragsrecht. Und eigentlich darüber wäre dann noch das göttliche oder das natürliche Recht. Gut, da halten wir uns, die meisten Menschen sich ja eh dran, dass man eben jetzt nicht jemand anderen schädigt oder so bewusst. Das ist ja eigentlich einsichtig, was in der natürlichen Ordnung jetzt für Gesetze gelten und manchmal kommen sie ja dann auch zu uns zurück, was wir in die Welt setzen. Aber da wollen wir jetzt weniger darüber reden, sondern über das Handelsrecht. Was kann man jetzt, was ist für dich wichtig, was man jetzt wissen sollte? Ich möchte trotzdem noch ganz gerne einsteigen, was du gesagt hast, weil das um das grundlegende Verständnis sehr wichtig ist. Du hast was von der Hierarchie erzählt, von der Ordnung, von den, vollkommen richtig, von diesen göttlichen Ordnungen und so weiter. Und du sagst, dass hier eigentlich die Grundlage ist. Jetzt ist das Problem, dass das eigentlich, es ist eben sehr viel verschüttet in uns. Und wir haben ja die Situation, dass wir in einer Struktur, Glauben zu legen, die durch, zu leben, Glauben so rum, dass wir zum Beispiel das alles durch Gesetze geregelt ist. Und nun erfahren wir mehr und mehr, dass es da eine Gesetzlosigkeit gibt, eine Willkür, dass die Dinge einfach ausgelegt werden von den Leuten, die eben die Knarre an der Seite haben. Oder was weiß ich, in irgendeiner Form Macht ausüben können. Und da ist es nochmal wichtig, sich klar zu machen, was ist da zum Beispiel, wenn wir, was sind Gesetze eigentlich? Und da habe ich mal hier eine kleine Darstellung zusammengebracht, auch in einer Verbindung mit Farben, die uns bekannt sein dürften. Vielleicht kann man das mal kurz zeigen. Ja, du kannst das immer, glaube ich, so neben deinem Gesicht halten. So, ja? Andere Seite. Andere Seite. Ja, denn der Bereich, in dem wir uns größtenteils legen, das ist also eine Hierarchie, das ist also als Hierarchie gedacht. Das, worauf die meisten sich beziehen, indem wir glauben, uns zu bewegen, ist dieser Bereich, in dem wir, im Grunde sind es Statuten. Es sind also, Gesetze gibt es sowieso, also in Deutschland können wir seit 1914, können niemand mehr Gesetze gestalten. Es wird zwar so getan und in der Allgegenwärtigkeit des Lug und Trug werden die Dinge auch Gesetze genannt, aber es sind keine Gesetze. Es sind Statuten, es sind Schriftstücke. Insofern ist die Frage, gibt es denn das Gesetz, wenn es so genannt wird? Es gibt es schon. Die Frage ist allerdings, ob ich es in meinen Vertrag einbeziehen möchte. In meinen Vertrag, den ich zum Beispiel mit der Firma BRD schließen möchte eventuell. Und dann kommen wir auf diese Ebene. Und zwar ist das die Ebene, die die meisten nicht kennen, sind wir noch hier, ja? Und zwar ist das dann die Privat- und Kommerzrechtebene, in der ich entscheiden können kann, möchte ich denn diese Statut, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen in den Vertrag mit einbeziehen. Und das ist das Entscheidende. Wenn ich glaube, wenn ich hier sozusagen im Sumpf feststecke, im Motter, in dem ja wirklich der Schlamm schon bisher hersteht, symbolisiert auch die Farbe ganz gut, kann ich hier in dieser, das Rot steht ja für Dynamik, für Veränderung, für Energie. Ich muss natürlich in eine gewisse Auseinandersetzung gehen. Ich muss also alles hinterfragen. Dafür steht auch die Farbe sehr, sehr gut. Und dann in die darüber stehenden göttlichen Gesetze, so nenne ich das jetzt mal, du kannst es auch Naturrecht nennen oder Geburtsrecht oder wie auch immer, auf jeden Fall das, was in uns wohnt. Was eigentlich immer in uns da war, was eben nur verschüttet gegangen ist. Und da habe ich hier nochmal eine kleine Darstellung, was wir jetzt damit, das ist eben eine Hierarchie, was eben dann möglicherweise entstehen kann. Sagen wir es nochmal. Das ist dieses Statutenrecht. Kriegst eine andere Gewichtung. Genau, so ist es in Wahrheit. Wir bewegen uns also eigentlich auf diesen schmalen Band. Und wenn ich mich dann dem öffne, ja was habe ich denn eigentlich für Möglichkeiten, dann öffnet sich schon mal mein Horizont. Hier habe ich vielleicht 5 oder 10 Prozent des Spielraums. Hier habe ich dann nochmal wesentlich mehr. Und wenn ich es denn geschafft habe, wirklich, ich sage mal, automatisch diese göttlichen Gesetze zu achten, dass ich sowieso dein Leben achten muss, die Schöpfung achten muss und all diese Dinge. Was für viele Leute, die in der, sagen wir mal, hier drin festhängen, in diesem dunklen Sumpf, scheinbar lächerlich ist. Da merke ich, dass ich sowieso einfach von mir aus bestimmte Dinge gar nicht tun möchte. Ja, aber lass uns jetzt mal über das Privat- oder das Vertragsrecht, denn das kommt ja von Vertragen. Oder es bedeutet, eigentlich ist es eine gute Sache, weil wir, jetzt wir beide, wenn wir irgendwas miteinander tun würden und wir würden das jetzt vertraglich festhalten, dann hätten wir genau Sachen, die für beide gelten. Und wenn du jetzt auf einmal anfängst und hältst dich nicht an den Vertrag, dann kann ich genau sagen, pass mal auf, du hast hier unterschrieben selber, da steht das und das drin und jetzt machst du es nicht. Und dann kannst du nur sagen, ja, du hast recht, das steht da ja drin. Dann kann auch keiner sagen, nö, das stimmt nicht. Das ist eine ganz klare Sache, weil es da genau drin steht. Also Vertragsrecht ist eigentlich eine schöne Sache. Nur wir sind in der BRD sozusagen, hat uns niemand unseren Vertrag vorgelegt, was da alles drin steht. Das wird dann einfach vorausgesetzt, das heißt, es wird gesagt, wir müssen uns dem unterwerfen und können wir dann zum Beispiel schon sagen vorgerechnet, Moment mal, ich habe das ja nie unterschrieben. Oder sagt er dann, ja, aber das Personalausweis zum Beispiel bedeutet, dass sie dem Vertrag zugestimmt haben. Ist das rechtens oder kann ich dann immer noch sagen, Moment mal, ich muss einen Vertrag, muss ich komplett eigentlich gelesen haben und wenn ich das unterschreibe, dann kann man mir nicht nachher irgendwie sagen, ich habe das unterschrieben, aber ich habe das, das lag mir gar nicht vor. Ich will da mal ein bisschen tiefer, wieder weiter vorne einsteigen, was du sagtest. Also Vertrag ist ja auch eine gegenseitige Willensbekundung. Das setzt voraus, dass auf jeden Fall beide Vertragsparteien wissen, was sie da für einen Willen bekundet haben, über den sie überhaupt übereingekommen sind. Das setzt voraus, dass dieser Vertragsinhalt beiden Seiten wirklich klipp und klar bekannt ist, dass sie ihn verstanden haben. Nur dann kann ich dem anderen überhaupt sagen, ich poche jetzt auf meinen Vertrag, wenn der andere, und die Situation haben wir, unter dem Vorsatz der Täuschung und des Betruges, zum Beispiel über konkludentes Verhalten, einen Vertrag überbeholfen bekommen hat, ist auch nach dem Handelsgesetzbuch, auch dort finden wir das, dieser Vertrag unhinnichtig. Das heißt, die Situation, die du schilderst, davon gehen diese Leute aus, weil wir ja unwissentlich in dem Glauben eben, dass dieses Statutenrecht das einzig gültige ist. Hier nochmal, das Statutenrecht ist das einzig gültige. Da haben wir uns ja konkludent verhalten. Das heißt, wir haben diese Verträge ja unwissentlich erfüllt. Konkludent heißt zum Beispiel, wenn ich in ein Parkhaus fahre und da steht, mit dem Betreten dieses Parkhauses oder wir fahren, akzeptieren sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Park, GmbH, so und so. Und wenn du reinfährst und fährst irgendwas an und dann sagst du, sorry, bin ich nicht für zuständig, du hast quasi, indem du reingefahren bist, akzeptiert die Bedingungen dieses Parkhauses. Ja, eine Konkludenz kommt von Konkludere aus dem Lateinischen, das heißt Schlussfolgern. Das heißt, wenn ich Schlussfolgern kann aus deinem Verhalten, dass du mit einem von mir vorgeschlagenen Vertrag einverstanden bist, dann ist dieser konkludente Vertrag geschlossen worden. Also wenn ich sage, wenn du bei mir reinkommst, dann ziehst du die Schuhe aus und du kommst rein und machst es nicht, dann sag ich, Moment mal, du bist reingekommen, also hast du dich diesen Regeln zu unterwerden, oder wie? Genau, genau. Und der Punkt ist aber eben der, dass wir, und dort ist es wichtig zu verstehen, dass wir die Vertragsbedingungen nicht kannten. Und da möchte ich jetzt mal zurückkommen zu dem Handel, zu der Sondersituation, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist ja ein Vertragsrecht, in dem beide Vertragsparteien wissen, worum es geht. Die Sondersituation in dem Vertragsrecht, mit dem ich mich jetzt so explizit befasse, ist die, dass dort der Irrglaube herrscht, dass wir, dass dort bestimmte Regeln herrschen würden, die für mich gelten. Und beim genauen Hinsen hinsehen, ich feststelle, dass das eben nicht so ist. Da möchte ich mal ganz kurz nochmal zu dem Thema Staatlichkeit etwas sagen, beziehungsweise Verfassung, weil dort viel, viel Verwirrung herrscht. Es gibt ja den fast naiven Glauben eines Staates, also wie ein Staat entsteht, dass es da eben ein Volk gibt, ein Staatsvolk. Eingenommen, wir sind jetzt hier zehn Menschen und erkennen dich als den weisesten Führer unserer Gemeinschaft, weil wir uns zum Beispiel über gewisse Belange nicht selber kümmern wollen oder können oder ja, wollen. Deswegen sagen wir, Mensch, der Joe ist der Weiseste von uns und deswegen sollst du eine Regierung bilden. So, und dann stimmen wir uns ab und sagen, ja, der Joe ist derjenige, der eine Regierung stellen soll. Nun ist es aber notwendig, damit du dich auch daran erinnerst, unter welchen Bedingungen du diese Regierung bildest, bekommst du einen Arbeitsvertrag. Ein Arbeitsvertrag, in dem drinsteht, was deine Rechte, Pflichten sind, deine Aufgaben, aber auch welche Sanktionsmöglichkeiten wir haben, wir als Volk, dir gegenüber, falls du mal vergessen solltest, was du zu tun hast. Das wird interessant. Und dieser Vertrag heißt Verfassung. Okay. Das heißt, eine Regierung, eine wirklich legitimierte Regierung bekommt die Verfassung vom Volk. Es ist der Arbeitsvertrag des Volkes für die Regierung. Wir an der BRD haben aber keine Verfassung, sondern ein Grundgesetz. Genau, und dieses Grundgesetz heißt ja Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Und wir wissen, wer die dem gegeben hat, nicht das Volk. Das heißt, diese Alliierten, die Besatzer, haben das ihrer eigenen Regierung gegeben. Allerdings wurde die nicht von uns eingesetzt, sondern eben von diesen Leuten. Und das ist die Frage, ob wir damit einverstanden sind. Und das möchte ich eben den Unternehmern in dem Land, die es hoffentlich mehr und mehr gibt, aber auch aus meiner Erfahrung mitgeben, Leute artikuliert, dass das nicht eure Vertreter sind. Zum Beispiel haben wir in Sachsen ja vor kurzem mal wieder so eine Wahlshow gehabt. Da gab es ein Wahlergebnis, ich befasse mich damit nicht groß, aber so vom Weghören habe ich mal gehört, dass es wohl eine entscheidende Zahl für mich gab, dass 58 Prozent sogenannte Nichtwähler waren. Und dann wurde wieder irgendeine aus den restlichen paar und 40 Prozent, wie auch immer die Zahlen zustande kommen, und das lassen wir mal ganz außen vor. Aber lassen wir mal die Zahl so im Raum stehen. Für mich hat das eine eindeutige Aussage. Die Mehrheit hat gesagt, wir wollen gar keinen von den Darstellern. Ja, die rechnen aber nur die, die gewählt haben, und dann sagen sie 40 Prozent CDU und was weiß ich. Aber wenn 58 nicht gewählt haben, dann kann die CDU nicht 40 Prozent haben. Natürlich nicht. Ich habe mich auf einen Staatsvertrag berufen, aber da kann ich dann sagen, Moment mal, der Staatsvertrag, der ist ja nicht mit mir geschlossen. Habe ich nie unterschrieben. Was habe ich damit zu tun und warum sagen die mir, ich muss das bezahlen, weil es einen Staatsvertrag gibt. Ist das so eine Situation, wo man sagen kann, da habe ich eigentlich gar nichts mit zu tun, weil ich habe diesen Vertrag nie unterschrieben? Nicht nur eigentlich. Du kannst ja zum Beispiel dann in dem Vertragsrecht, kannst du ja diejenigen, die dort offenbar, das müssen wir davon ausgehen, wenn du dann die Souveränität über deine Person erlangt hast, erst einmal über dich selber als lebender Mann, und die Souveränität über deine Person hast, denn es wird ja immer die Person angeschrieben. Etwas anderes kann diese GEZ oder wie diese Firma da auch immer heißt, gar nicht anschreiben. Und wenn deine Person jetzt angeschrieben wird und dann kannst du als Inhaber, nicht als Inhaber, Entschuldigung, das ist falsch, aber als Handlungsbevollmächtig, als alleiniger Repräsentant dieser Person die Firma fragen, die da offenbar davon ausgeht, dass ein Vertrag zwischen ihr und deiner Person existiert, die kannst du fragen, jetzt willst du irgendein Geld aus, offenbar aus dem Vertrag haben, der, wovon du offenbar ausgehst, dass der existiert, dann möchte ich zum Beispiel mal den Vertrag sehen. Wo ist er? Und dann möchte ich mal sehen, wo ist die Unterschrift, meine Originalunterschrift dazu, und wenn du das nicht vorlegst, dann gilt eben, dass es keinen Vertrag zwischen uns gibt. Und nun gerade ist das so ein exemplarisches Beispiel, ich nenne es mal verkürzt GEZ, weil das ist jetzt das andere... Beitragsservice, so heißt das, glaube ich. Das ist also der Punkt, an dem es auch im großen Stil... Mein Eindruck ist, dort ist eigentlich das Anfang vom Ende eingeläutet worden, weil dort der berühmte Tropfen eigentlich schon fast zum Überlaufen gekommen ist, denn es ist dort mehr und mehr Leuten klar geworden, dass da, naja, was da läuft, und jetzt wird dort einem ganz massives Aufgebot regelrecht entgegengebracht, das geht bis Kontenfändung, bis sonst was wird dort gemacht. Zwangsvollstreckung. Zwangsvollstreckung, alles, wobei das ja alles nicht möglich ist. Eigentlich nicht, ja. In einem Rechtsstaat wäre das ja alles überhaupt nicht möglich, wenn entsprechende Leute dafür dastehen würden oder dahinter stehen würden. Aber an der Stelle habe ich mich gefragt, ja, warum machen die denn dort so einen riesigen Aufwand, um dieses Thema mit aller Gewalt, dieser Fassade aufrechtzuerhalten? Ich glaube, dass es dort den Leuten mehr und mehr auch klar wird, wenn diese Pappmaché fällt, dann wird es klar, dass es alles bloß dahinter, bloß eine Show ist. Und dann fallen alle anderen, wie im Domino-Prinzip, fallen alle anderen mit. Es ist ja sehr interessant, wenn man ins Impressum des Beitragsservice guckt, dann steht dort drin, ganz klar, es ist eine nicht rechtsfähige Gesellschaft. Also das ist ja bezeichnend genug, könnte man sich auch drauf berufen. Also es ist, wie du sagst, es ist im Grunde eine Fassade, ein potiempisches Dorf, was einfach, wo nichts hinter steht. Das betrifft uns alle, da kann, was würdest du denn als Unternehmen mehr Berater jetzt Menschen empfehlen oder kannst du sagen, ich kann jetzt gar nichts empfehlen, du musst jeder selber gucken, wie er damit umgeht oder gibt es doch Empfehlungen? Naja, wie es genau, was ich empfehle und wie auch die Handwerkszeuge dazu sind, dazu habe ich ja nun, wie ich gesagt habe, doch die Schulung begonnen, weil der Bedarf danach einfach so groß ist, dass ich dann, ich wurde so viel gefragt und konnte dann mehr und mehr den Leuten weder die Dinge erklären, noch ihnen speziell in ihrem Fall helfen, kann ich auch aus dem Grund nicht, weil jeder selbstverantwortlich handeln muss für sich selber und das geht gar nicht anders. Was ich aber tun kann, ist den Menschen, die wirklich gewillt sind, die mit auf die Reise zu nehmen, denen, wie gesagt, die Handwerkszeuge an die Hand zu geben, dass sie dann auch in der Lage sind, den Weg zur Souveränität zu gehen. Und da gibt es ein paar wesentliche Instrumente. Zum einen, ich sage das glaube ich schon, ist es ja, eins der Unglaublichkeiten ist ja, dass wir als Menschen sieben Jahre nach unserer Geburt vertoterklärt wurden im System. Und das ist natürlich die erste Handlung, dass ich mich überhaupt erstmal zurückmelde beim System. Die Lebenderklärung. Lebenderklärung, genau. Ich muss dann sagen, Achtung, ich bin da, ich lebe. Und als zweites, da gibt es einen Vertrag, den ich dann mit meiner Person schließe, in dem ich die Kontrolle übernehme, in dem detailliert klargestellt wird, dass ich jetzt der alleinige Verwalter und Gläubiger der Person bin. Und damit habe ich natürlich ganz andere Handlungsmöglichkeiten. Da gibt es noch ein paar andere Schritte, die da wesentlich sind. Und da prüft sich sehr stark, ich erlebe auch sehr oft, wenn die Menschen dann das gemacht haben, dass es erst nochmal so eine Überwindung ist, will ich das jetzt wirklich, will ich das jetzt rausschicken, will ich das jetzt wirklich in die Öffentlichkeit geben, will ich da jetzt mich wirklich lebend erklären, was denken die dann von mich, was können über mich, was könnte dann eventuell ausgelöst werden. Und wenn die Menschen es dann getan haben, sich selbst überwunden haben, dann kommt oft so eine Befreiung und so ein inneres Wachsen. Das habe ich also an mir selber gemerkt und das habe ich dann auch schon sehr oft beobachtet, dass dann die Leute sagen, jetzt geht es mir viel, viel besser. Das ist aber, dort trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Bin ich wirklich bereit, das zu gehen, die Verantwortung für mein eigenes Leben zu übernehmen? Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass auch die Leute, ob sie es nun bloß vorgeschoben haben oder nicht, die dieses System aufrechterhalten haben, das Lug und Trug, ja dann auch immer gesagt haben, die Leute wollen doch gar keine Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Die wollen doch, dass wir das alles regeln. Die glauben immer wieder dieselben Lügen, immer wieder, es muss doch jedem klar sein, der, was weiß ich nun, zum 25. Mal nach irgendeiner Wahl festgestellt hat, dass niemals das, was erzählt wurde, niemals eingehalten wird. Und egal, aus welcher Farbe da nun gerade hochgehangen wird, es passiert im Grunde immer das Gleiche. Ja, und auch wenn du eine kleine Partei, eine neue Partei willst und sagst, die machen jetzt alles besser, wird trotzdem nichts ändern können. Ja, und es gilt, ich erinnere mich an den Spruch, wer einmal glügt, dem lügt, dem glaubt man nicht. Und seltsamerweise ist es halt an der Stelle anders. Und da kann ich mich nur wundern. Weil im Grunde, sage ich mir, wenn ich nun nach einer gewissen Betrachtung festgestellt habe, dass diese Leute definitiv nicht meine Interessen vertreten, ja, wer kann denn meine Interessen vertreten? Das kann ich nur selber. Das bedeutet also, dass man im Grunde erstmal Eier in der Hose haben muss, oder Eierstöcke vielleicht auch. Aber ja, du hast gesagt, die da oben sagen, ja, die Leute wollen das ja, weil sie kümmern sich ja auch nicht um ihre eigenen Sachen. Jetzt fangen doch Menschen an, sich um die eigenen Sachen zu kümmern und diese Sachen auch alle anzugucken, die Gesetze, die dahinter stehen, eben zu entdecken, ah, hinter dem BRD-Recht steht ja noch was anderes, darüber ist ja das Handelsrecht, Firmenrecht, die ganzen Behörden sind als Firmen eingetragen, kann man auch nachgucken. Das heißt, immer mehr Menschen beschäftigen sich damit. Das heißt ja dann letztlich auch, dass sie vielleicht dann Eigenverantwortung auch übernehmen wollen. Aber das ist eben, wie du gesagt hast, das ist eine wichtige Bedingung, dass wenn man sich damit befasst, dann muss man eben auch dafür einstehen und nicht sagen, ja, du hast gesagt, ich soll das einfach mal zurückweisen und so und jetzt habe ich ja dieses große Problem. Das funktioniert nicht. Ich muss dann sagen, okay, ich habe das jetzt angeleiert und ich übernehme jetzt auch das, was auf mich zukommt. Und das kann eben jedes Mal auch wieder was anderes sein. Deswegen Handlungsanweisungen, mache es so und so und so, kann es nicht geben. Aber es kann Wegweiser, es kann Empfehlungen geben. Im Firmenrecht, was kann ich da noch mitmachen? Also nehmen wir jetzt ein Beispiel, Polizei, schnellgefahren oder Punkte, was weiß ich, ich gehe vor Gericht, weil ich sage, ich sehe das nicht ein, ich konnte das eigenverantwortlich entscheiden, dass das keine Gefahr ist oder wie auch immer, da habe ich etwas übersehen. Was mache ich jetzt mit dem Handelsrecht, wenn ich vor Gericht stehe oder wenn ich einen Brief bekomme oder was auch immer? Also das Entscheidende ist, worauf wir hinaus wollen, ist, dass es eben solche Situationen gar nicht erst passiert. Das Beste ist natürlich, wenn du entsprechend zum Beispiel, du hast das zu schnell fahren angesprochen, mal ganz davon abgesehen, ob es dann sinnvoll ist oder nicht. Aber natürlich ist es schon so, konkludent gehe ich den Vertrag ein, sobald ich die Strafe benutze. Und dann ist es natürlich, kann ich mich da nicht rausziehen. Und das hat ja durchaus auch einen gewissen Sinn, dass dort nun wieder gewisse Fallen aufgebaut werden. Und das ist ein anderes Thema. Aber es ist natürlich schon nicht verkehrt, dass wir eine Verabredung haben. Insofern ist das nicht schlecht, dass es da Regelungen gibt. Es ist schon sinnvoll, dass wir eben zum Beispiel das rote Licht bedeutet, dass wir doch lieber anhalten und das Grüne eben eine andere Bedeutung hat. Und das kann nicht mit besoffenem Kopf Auto fahren. Das ist auch sinnvoll. Ist klar, aber es gibt so Grenzfälle, wo, es gibt ja auch andere Fälle. Nehmen wir mal ein Beispiel, vielleicht Zwangsverstreigerung von Häusern, wo wir vielleicht ganz viel abbezahlt haben und auf einmal kommt die Bank und sagen, wenn sie jetzt nicht sofort alles bezahlen, ist es weg oder was auch immer. Es gibt ja viele Fälle, wo man sagt, Moment, das ist jetzt völliges Unrecht. Das gefällt mir viel besser, das Beispiel, weil ich dort auch ein paar Erfahrungen habe dabei. Und dort steckt ja auch etwas, dort wird ja auch etwas sehr, sehr offenkundig, was im Großen passiert, was dort stattfindet. Ich habe also selber so eine Situation, in der ich mich dann gefragt habe, ja, warum kommst du zum Beispiel mit einer Immobilie in Schwierigkeiten? Und dann habe ich mich, obwohl du einfach eigentlich alles richtig gemacht hast, nach den Empfehlungen, und auf einmal sagen dir irgendwelche Leute, na ja, das soll jetzt hier versteigert werden und sonst was. Und dann fragst du dich, na ja, was findet denn hier eigentlich statt? Und wieso kommst du da ins Schwimmen oder vielleicht sogar in die Situation, in der du es nicht mehr bezahlen kannst? Am Anfang wird dir ja gesagt, da war es eben nicht clever genug, oder hast du dich so blöd angestellt. Und irgendwann kommst du darauf, dass das im Grunde nur ein paar Unbekannte waren, die du vorher nicht kanntest. Zum Beispiel, dass dieser Zins aus dem Nichts geschaffen wurde. Und dann kannst du dich natürlich fragen, ist das überhaupt ein Spiel, dass du dann, wenn du die Bedingungen gekannt hättest, überhaupt eingegangen wärst. Und dann läuft dieser ganze Apparat ein, zu dem ich glaube, der ist dazu eingerichtet, um uns von unserem Vermögen zu trennen. Und dieser Apparat funktioniert hervorragend, muss man sagen. Und deswegen wird er auch möglicherweise noch eine Weile so weiterlaufen. Aber ich glaube, wir haben auch jetzt eine ganze Menge Zeichen gesetzt, dass der Anfang vom Ende eingeläutet ist und dass dieser Motor immer öfter zum Stockern kommt. Es ist aber natürlich kein leichter Weg. Auf der anderen Seite, sage ich mir, gibt es natürlich die Motivation. Es gibt ja dann die sogenannten dunklen Kräfte, die motivieren uns dann ja auch, in die Verantwortung zu kommen. Denn ich habe mir dann auch die Frage gestellt, halt mal, jetzt hast du dein Leben lang gearbeitet für etwas und jetzt kommen irgendwelche Leute, die nichts damit zu tun haben und sagen, das ist jetzt einfach meine. Willst du dir das einfach gefallen lassen? Und da habe ich dann gesagt, nö. Da kann ich dann einfach auch nochmal eine gewisse Energie reinstecken und zu sagen, ich lasse mir das jetzt nicht einfach die Butter vom Brot nehmen. Und da ist es natürlich eine hervorragende Voraussetzung, dort die Themen auch richtig anzupacken. Und ich sage mal gleich, je früher du dort ansetzt, umso besser ist es natürlich. Aber da muss es natürlich auch klar sein, dass die Maschinerie, die dann dahinter steckt, natürlich anrollt. Und dass wir dann Dinge begegnen, die möglicherweise nicht sehr lustig sind. Ja, also wie gesagt, da gehört ein bisschen Mut und Eigenverantwortung zu. Aber manchmal ist es wirklich so, dass es um die Existenz oder eben dein eigenes Haus geht und du musst nachher aus deinem eigenen Haus raus. Ja. Ja, wir können natürlich jetzt das Handelsrecht hier nicht in einer Sendung klarlegen. Also du machst da Schulungen zu. Das heißt, man braucht da auch schon ein bisschen mehr Zeit. Das kann man eben nicht in einer Stunde mal eben so abhecheln. Das funktioniert nicht. Man muss sich da schon intensiv mit befassen. Ein Tipp, den ich gelernt habe, ist eigentlich immer, einfach mal Fragen stellen. Wenn was kommt mit der Post, dann sage ich, Moment mal, wo steht das und wo habe ich das unterschrieben, dass ich das jetzt hier bezahlen soll oder so. Ist das auch ein Hinweis, den du deinen Unternehmern? Gibt es das, die sagen, also das Einfachste ist, Fragen stellen, wo steht das und wo ist das Gesetz? Genau. Und vor allen Dingen auch, ich gebe da noch ein paar andere Hinweise, entscheide die Sache, mit welchen Tenor du das machst. Kommt da jetzt Aggression rüber? Möchte ich jemandem irgendwas beweisen oder möchte ich jetzt jemandem mal eins auf die Glocke hauen? Das kommt natürlich in meiner Korrespondenz rüber. Denn das Ziel ist ja, dass, ich sage mal so, bevor die uniformierten Leihendarsteller in Faschingskostüm kommen, davor kommen ja immer Papiersoldaten. Und wenn ich damit richtig umgehen kann, dann sinkt und mit der richtigen Intention, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt ein Uniformierter oder sonst jemand vor der Tür steht, die sinkt schon mal dramatisch an. Was ich aber noch dazu sagen wollte, zu der Situation, jetzt war es weg. Mit der Zwangsvollstrecke? Ja, ja. Ähm, ne, jetzt war es, jetzt war es raus. Eben, so, ja, kommt vielleicht gleich noch wieder. Ja. Also Fragen stellen, auch den Vertrag. Wir haben ja gesagt, Vertrag ist eigentlich gut, weil da genau drin steht und daran müssen die sich auch halten. Und dann können sie sagen, Moment mal, wo steht das in diesem Vertrag, dass das jetzt so und so gehandhabt werden kann. Das ist also, im Grunde ist das Vertragsrecht gut, aber wir müssen uns dann die Verträge auch immer wieder genau angucken. Genau. Wir müssen uns also damit befassen, obwohl ich jemand bin, wenn ich so ein mehrere Seiten Vertrag lese, dann habe ich da gar keine Lust zu. Aber es ist natürlich, in dieser Welt ist es sehr mächtig, jetzt den Vertrag genau zu kennen und genau anzugucken. Ja, und damit es jetzt nicht so, das ist also alles oft viel einfacher, als wir denken. Es klingt ja so gewaltig, denn ich habe ja auch Unternehmen, also in den Unternehmen, von denen die bewusst Verträge schließen, dann haben wir ja oft beobachtet, je umfangreicher die Verträge waren. Denn es war ja früher, ich sagte es ja so, am Anfang gab es ja mal einfach die Übereinkunft. Wir haben etwas vereinbart und das war ein Vertrag. Und solange sich beide drangehalten haben, reichte das aus. Irgendwann ist man dazu übergegangen, die Verträge aufzuschreiben, weil eine der beiden Vertragsparteien möglicherweise einen höheren Gewinn rausziehen wollte aus dem Vertrag, als er reingesteckt hat. Und dann hat man sich immer mehr Dinge ersonnen, um den anderen zu übervorteilen. Ich sage mal so vorsichtig. Und es entstanden immer dickere Verträge. Es gibt also in Unternehmen Verträge, die haben Buchstärke. Und meine Einschätzung ist, je dicker die Verträge sind, umso weniger werden sie eingehalten. Es ist ja manchmal bei der Bank so, dass man dann vielleicht mal sagen kann, geben Sie mir bitte doch mal den von mir unterschriebenen Vertrag oder zeigen Sie mir den mal. Das kann sein, dass da gar nicht mehr bei der Bank ist, weil die damit auch handeln und dass die dann wirklich ins Schleudern kommen, wenn du sagst, Moment, ich will jetzt sehen, mit meiner Originalunterschrift, wo ist das Ding? Ist das sowas, was dir auch schon begegnet ist, dass die dann wirklich auf einmal zurückrüdern müssen, weil sie den nicht mehr haben? Ja, na gut. Wenn wir in einem Rechtssystem wären, in dem ein Richter, vor dem eine Rechtsstreitigkeit nur anhand der Fakten entschieden würde, müssten alle Banken so abtreten. Denn ich habe aus meiner früheren Tätigkeit die Information, dass die Finanzierungsverträge alle vernichtet werden. Ich will jetzt nicht sagen, also welchen Aspekt ich habe, dass das geschieht, möglicherweise um gewisse seltsame Aktionen, Transaktionen, die damit wirklich passieren, zu verschleiern. Aber es ist natürlich so, sobald ich das anfordere und die Bank muss den Vertrag vorlegen, den sie wahrscheinlich in dem Original nicht mehr hat, warum auch immer, dann könnte es passieren, dass da eine andere Einigung möglich ist als vorher. Das könnte also schon ein sehr mächtiges Werkzeug sein und in diesem ganzen Bereich, da gibt es sehr, sehr spannende Sachen. Man kann sich damit befassen und viele haben vielleicht auch Spaß daran. Mein Ding ist es nicht so wirklich, aber wenn man wirklich in einer Situation ist, wo es dann um die eigenen Belange geht, dann kann es schon ganz witzig sein, mal wirklich genau zu gucken, Moment mal, was steht da drin, wo ist das, wo habe ich das unterschrieben, ist das für mich gültig oder geltend und was kann ich da machen? Ja, aber es geht da nicht nur um ein Spiel oder vielleicht um ein Kräftemessen. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Da kannst du dich natürlich auch möglicherweise drin verlieren. Und wenn es darum geht, ich will dem anderen jetzt irgendwas beweisen, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass wir feststellen, dass wir wieder in eine Position kommen, indem wir mal hinterfragen, ist das Spiel, das wir hier eigentlich spielen, auch das, was wir wirklich wollen? Und dazu kann es ein ganz hilfreiches Instrument sein. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr gutes Instrument, weil es ja auch entsprechende Sanktionsmöglichkeiten hat. Das heißt, zum Beispiel eins der ganz großen Themen ist das Thema der privaten Haftung. Pfandrecht. Pfandrecht. Denn jeder, der dort, wir wissen das ja, im sogenannten Staatsrecht ist es klar, dass es keine Staatshaftung gibt. Kann es ja auch nicht, weil es ja hier in unserem Umfeld praktisch keinerlei Staaten gibt. Oder dann praktisch, ja, was der Staat ist, das ist jetzt, da habe ich so meine Theorie, wir können es nicht genau sagen, das gibt es sicher, aber auf jeden Fall ist die BRD kein Staat. Und das ist ja das, in dem wir uns größtenteils bewegen. Und wenn es um das Thema der Haftung geht, da habe ich also schon ganz interessante Reaktionen erlebt. Wenn ich nach der Haftung frage, wo ist, wer haftet dafür, dann werden die Leute sehr hellhörig, weil keiner dafür haften will, für das, was er da tut, wohl wissend, dass das, was er da macht, Unrecht ist und keiner dafür gerade stehen will. Deswegen werden ganz viele Sachen ja gar nicht unterschrieben, Urteile nicht, Haftbefehle nicht unterschrieben und so weiter. Kommt jemand an, also erst mal gucken, ist das unterschrieben, wer hat das unterschrieben, ist das im Auftrag, ist das vielleicht eine Justizangestellte, die gleichzeitig, ja, Beamten als Urkundsbeamtin oder sowas, also eine Angestellte, die gleichzeitig Beamtin ist, kann es ja gar nicht geben. Aber so Sachen treten da manchmal auf. Das heißt, da sieht man schon, dass vieles nicht unterschrieben wird, weil eben da offenbar Mängel zu verbergen sind. Und dann zu fragen, Moment mal, wer ist jetzt hier verantwortlich und wenn ich jemanden, der jetzt in irgendeiner Behörde, Finanzamt oder irgendwo sitzt und ich bringe den in die persönliche Verantwortung dafür, was er mir jetzt an Zwangsmaßnahmen oder was auch mal da androht, dann wird er möglicherweise zurückrudern oder ich kann, könnte ich es so weit durchziehen, dass ich nachher für den Pfandrecht eintragen kann? Du kannst beides. Es gibt ja nochmal, dass eine Grundlage im Vertragsrecht ist ja auch, wenn ich dir jetzt etwas schicke und sage, ich kriege 10.000 Euro von dir, dann würdest du mir normal widersprechen, aber wenn du mir nicht widersprichst in einer gewissen Frist, dann würde es bedeuten, du anerkennst das, weil du hast mir nicht widersprochen. Ich habe gesagt, ich kriege 10.000 von dir, du hast nicht widersprochen. Könnte ich nach einer Zeit sagen, Moment, mir stehen jetzt die 10.000 zu, weil du hast es ja anerkannt. Dazu will ich jetzt nochmal das sagen, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns wirklich hinterfragen. Bin ich da wirklich in der Wahrheit? Ist das so? Ja, gut. Ja. Und wenn das aber tatsächlich so ist, dass du zum Beispiel mir gegenüber irgendwelche Übergriffe unternimmst und trotz mehrfacher Warnungen, wir nennen das auch wirklich Heilung, du nicht bereit bist, das zu heilen, diesen Vorgang, dann kann ich derartige Instrumente etablieren und die auch durchsetzen. Aber ich könnte es umgekehrt jetzt machen mit, was weiß ich, irgendeinem Beamten in irgendeiner Behörde und ich schreibe dem jetzt, ich bin gerne bereit, Ihre Forderung zu zahlen, wenn Sie mir beweisen, wo das Gesetz ist oder was der Hintergrund ist. Und ich würde eine Frist setzen, bitte legen Sie mir das bis dahinter 21 Tagen oder was auch immer da und widersprechen Sie dem und es kommt nichts, dann würde es letztlich dann auch bedeuten, dass er meine Darlegung anerkannt hat, weil er ja nicht widersprochen hat und ich könnte dann irgendwann sagen, ich kann das jetzt geltend machen und ich habe dann irgendwann auch den Titel und egal, ob ich den jetzt von einem Richter zugesprochen bekomme, habe ich im Grunde den Anspruch, weil er ja nicht widersprochen hat und das kann ich dann sogar irgendwo eintragen lassen in internationalen Pfandregistern. Genau, das ist ein Schuldenregister im UCC und es sind überstehende, praktisch Registratoren. Wir haben ja die scheinbar paradoxe Situation, das UCC ist ein Commercial Code, heißt das, das heißt, es ist ein Codex, das ist ein Privatrecht. Das ist theoretisch nichts weiter, als dass da ein paar Leute etwas zusammengeschrieben haben, das an sich nur eine Wirkung auf die entfaltet, die das anerkennen. Da wir aber zum Beispiel, du hast diese UPIC, diese Dun & Bradstead Einträge genannt, da sich aber praktisch alle Firmen, die sich Staaten nennen, dort eingetragen und unterworfen haben, sicher nicht ganz freiwillig, unterlegen sie sich, freiwillig haben die sich diesen UCC, also diesem privaten Codex, unterstellt und damit ist die scheinbar paradoxe Situation, dass dieses Privatrecht über sogenannte Gesetze gestellt wird. Und du hattest vorhin noch was gesagt zu dem, ja, ich kann alles Mögliche machen, mir geht es aber immer darum, wie gesagt, was möchte ich erreichen und an sich möchte ich ja nicht jemanden irgendwo platt machen oder ich möchte jemanden in irgendeiner Form... Aber ich will auch nicht, dass mich jemand platt macht und das ist ja das, wo es vielleicht dann wichtig ist, dann zu sagen, okay, wo steht das und was kann ich jetzt machen? Und weil du sagst, wo steht das, da fallen ja vielmehr noch ein, was viele nicht wissen oder so gut wie niemand weiß, dass Gesetze, weil es eben keine Gesetze sind, es sind praktisch ja kommerzielle Geschäftsbedingungen und wie das überall ist, es muss alles versichert werden, es muss alles von jemanden versichert werden und deswegen ist dann wichtig, wenn ich ein Gesetz einfordere, auch wirklich das Originalgesetz einzufordern und Originalgesetz gibt es nicht in irgendeinem Buchladen oder im Internet zu finden, sondern das liegt unter gutem Verschluss irgendwo in Bonn oder in Berlin oder wie auch immer und ich habe das also schon mehrfach angefordert, ich habe es bis jetzt noch nie bekommen. Mich würde es mal interessieren, also ich würde auch nach Bonn fahren, um mir sowas anzusehen, weil mich das sehr interessiert, wer sowas versichert. Ja, also ich glaube, wir haben hier in dieser Sendung wirklich sehr mächtige Sachen auch angesprochen, aber der Hinweis nochmal nicht leichtfertig, weil ihr jetzt die Sendung gesehen habt, zu sagen, oh, jetzt mache ich die da platt bei der Behörde. Nein, man sollte sich wirklich gut auskennen und auch nicht aus, du hast es schon gesagt, nicht aus einem Wunsch, jemand anderen Platz zu machen oder dem es zu zeigen, sondern einfach nur in einer Situation, wo Gerechtigkeit hergestellt werden soll, kann man gucken, was ist wirklich der Vertrag, was kann man, was für Werkzeuge kann man ansetzen, aber man muss sich damit befassen und die Verantwortung dann auch übernehmen, dann ist es nicht gesagt, wenn ich sage, ich habe Recht, dass nicht auf einmal trotzdem vielleicht ein SEK um mein Haus steht, kann passieren, wir haben Willkür, wir haben Stillstand der Rechtspflege, das heißt, ich will einfach nur den Hinweis geben, jetzt nicht leichtfertig einfach dann Fass aufzumachen, weil man denkt, man hat mal irgendwann mächtige Werkzeuge angerissen. Du machst es eben ausführlicher in Vorträgen und Seminaren, hast du eine Seite, wo man sich Ja, das werde ich jetzt über meine Homepage hollaus-consult.de, also kann ich dort, ich weiß nicht, ob ich da einen extra Button einrichte, aber obwohl ich das jetzt nicht einfach, ich möchte also, dass das sich aus sich heraus entwickelt, ich möchte da also jetzt keine offiziellen, auch keine Werbung oder wie auch immer machen, ich möchte, dass die, 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 es ist sich aus sich heraus entwickelt, dass die Menschen sozusagen wirklich eine gewisse Mindestreife haben und dass sich das, ich will mal sagen, eigentlich mehr nur aus einer gewissen Empfehlung heraus entwickelt, weil ich keinesfalls möchte, dass da irgendwelche Leute jetzt mit gefährlichem Halbwissen durch die Gegend ziehen und dem Zauberlehrling gleich da einen Haufen Unsinn anstellen. Genau, das ist auch der Hinweis nochmal zum Schluss der Sendung, das ist wirklich, mit Halbwissen kann man sich mehr schaden als nutzen und man, das ist nicht Sinn der Sache, aber wer sich damit intensiv befasst und viel mehr, immer mehr Menschen befassen sich damit, ich kenne eben auch einige, dann kann das sehr spannend sein, gerade in einer Situation, wo man vielleicht von Behörden bedrängt wird und die Situation gibt es ja auch, dass sehr viele Menschen wirklich, dass sehr üble Dinge geschehen und schlimme Schicksale in Einzelfällen vorhanden sind, da kann es dann sinnvoll sein, da sich mit zu befassen und ja, ich danke dir für die Hinweise und wir werden erleben, wie sich vielleicht da noch einige spannende Entwicklungen ergeben, weil ja auch immer Neues entdeckt wird, was hinter dem Gesetz steht und hinter dem Gesetz und da noch wieder hinter, wo das eigentlich alles herkommt. Und das geht ja sehr weit zurück in die Geschichte bis nach Rom und sonst wo weiter und je mehr man da natürlich weiß, wo wirklich die Grundlagen dieser Gesetze sind, desto mehr kann man natürlich auch damit anfangen. Wir sind ja auf einer interessanten Entdeckungsreise und das ist, ich will das sogar mal, das klingt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber das kann so etwas wie ein Einweihungsweg sein. Wenn du das also auch entsprechend ernst nimmst und auch wirklich mit der Bereitschaft einhergehst, vor allen Dingen mich selber immer wieder zu hinterfragen, bin ich wahrhaft in der Wahrheit? Das ist also die entscheidende Frage und mich dann mit Gleichgesinnten zusammenfinde. Also ich habe auch die sehr gute Erfahrung gemacht, dass dann mehr und mehr Menschen, die das dann anwenden und wissen, die sich auch vernetzen, dann sich auch gegenseitig helfen. Ich bekomme da also auch sehr, sehr viele Rückimpulse, sehr viele Anregungen. Ich werde ja gelegentlich oder am Anfang immer oft gefragt, ja, wieso glaubst du denn, dass das der richtige Weg ist? Einer der Merkmale ist es, dass ich festgestellt habe, auch nicht nur ich selber, sondern viele andere, die das so gemacht haben, wenn ich mich entsprechend verhalte, ist dann auch die Reaktion eine andere. Und dass dann bestimmte Dinge dann auf einmal möglich sind, die vorher nicht möglich waren. Ja, und wie gesagt, das sollte alles nur dazu dienen, dass wirklich das Recht hergestellt wird. Also wenn wir einen Streit haben, dass dann wirklich für beide das Richtige und das, was wir irgendwann mal vereinbart haben, dass das eingehalten wird, wenn einer über die Stränge schlägt, dass man dann gucken kann, Moment mal, da haben wir uns eigentlich ja mal vertragen darüber. Dazu soll es dienen. Es soll nicht dazu dienen, dass man jetzt jemanden übers Ohr haut oder irgendwie da jetzt ganz viel Entschädigung oder was auch immer irgendwie rausziehen kann. Dafür sind diese Werkzeuge nicht da. Dazu sind sie zu kostbar. Und du hast es vielleicht zum Schluss nochmal eben ganz nach oben gestellt. Und das ist ganz klar, über allem steht das göttliche Gesetz. Dem sind wir alle unterworfen, auch wenn wir uns in dem Bereich bewegen. Es soll eben dazu führen, dass möglichst nah an die Wahrheit, an das über allem stehende göttliche Gesetz gehandelt wird. Und es wäre ja schön, wenn das immer so wäre, auch im Gericht und in diesem BRD-System. Das müssen wir aber einfordern. Und dazu gibt es eben sehr vieles zu lernen und sehr vieles zu entdecken. Ich danke dir, Uwe Wetzig. Dankeschön. Vielen Dank.